Wo ist er? Das ist noch, oder? Verletzungsbewusstse Tiere ist niedlich, sogar für Nucce Achtung! für die Ingram wo hängen wir denn fest? am Hirsch hängen wir fest dann umgehen wir halt und dann gehts jetzt noch hinten leider nicht ganz vielleicht müssen wir da auch viel okay ein paar Waffen um Monizona zu geben jetzt sind wir normal auf der anderen Seite von den Brücken genau das heißt wir müssen da hinten geht open the gate no way the new chis will kill me just like the kill the new chis if I finish off the new chis you'll open the gate you kill those bastards and I'll let you through wait right there ach so der lässt uns nicht durch weil er Angst hat dass ihn die Gegner erledigen müssen wir die noch alle umbringen da unten zoppelt nun rum jetzt nimmer da ist das nächste kandidat okay jetzt haben wir nur einen jetzt hoffe ich doch denn müssen wir jetzt nicht lange suchen ja wo ist denn der letzte so ist ja kon springt er da hinten rum da ist er back to the gate und wo war das Tor irgendwo und zwar da war es so daher jetzt werde er uns doch dennis damit durchlusten der panischer hat immer recht okay da haben wir nächsten abschnitt wieder und jetzt gehen wir okay was das und es erwartet uns ein special brav ist ein hund na so nimm keinen hund so haben wir jetzt ein kollegen er er möchte mit uns immer gut dann komm bushwhacker zu kill them all run for i'm gonna kill you punisher oh oh Wie schießt denn du so? Das hätte ich schon zwott, das. Ich denke wir haben sie alle. Genau. So, die haben wir alle erledigt. Und jetzt gehen wir da aussehen. Und jetzt dürfen wir irgendwann mal der Post kommen. Oh, der Ball hat wieder ohne. Aus ollen Rohren. Was möchte er? Du hast in die falsche Richtung geschossen. Oh, er gibt schon auf. Ach, das war doch nicht lustig. Der ist ja gerade runtergefallen. Und noch? Die sind ausgezogen. Und da haben wir wieder einen Freiwilligen. So, Bursche. Geh noch mit. Und jetzt haben wir... ...einen Elektro-Aul. Oder Zitzer-Aul, besser gesagt. Wow. Das hat neigaut. Wir sind mal... ...und dann in der... ...Aquariumwelt. ...und dann mit. Wer ist das? Ist der... ...Ker ist der ... ...Nachstatt. Alles klar. Der Punisher, genau. Okay, und? Warte, wo ist sie? Wollen wir Granaten? Warte! Warte! Die Sto-Mod Chicken shit Die Sto-Mod Die Sto-Mod Die Sto-Mod Die Sto-Mod Auf damit Sto-Mod Jetzt kann man mit dem Raketen Wie einfach? Die Sto-Mod 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 Es war wieder exzellent mit der Granate Die Sto-Mod So wir brauchen unbedingt Energie Ansonsten glaube ich können wir nicht weit. Ach, es läuft der Zeit. Und die Roboter los. Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen. Nicht mit den Nuchis! Ich werde dich aufhören! Nur mir? Da haben wir noch einen Kollegen. Verschwindend. Kontrollverlust, wir müssen etwas anderes probieren. Kann ich mich nicht stoppen? Ich weiß, wir müssen... Wir müssen alles probieren. So, jetzt ist es frei. Und jetzt müssen wir die... Was können wir erledigen? Okay. Darin haben wir nichts. Wir müssen Joan raus. Ja, das war's mit dem Level. Einen Bossfight hat es doch nicht gegeben. So, wir müssen... ... ... Vielen Dank.